Was geht ab Freunde, wie es im Titel steht, geht es in diesem Video um alle Alienate Fakte von Woche 8 und diese Alienate Fakte benötigt ihr natürlich wie immer, um mehrere oder weitere Stile für den Chimera Skin aus dem Battle Pass freizuschalten. Ich benötige keine mehr, weil ich den Skin sowieso nicht benutze und ich die Stile einfach nicht cool finde. Aber falls ihr denkt, okay, ich will weitere Stile freischalten und meinen eigenen Chimera herstellen oder machen, dann ist das Video perfekt für euch. In diesem Video, wie gesagt, zeige ich euch alle 5 Locations von diesen 5 Alienate Fakten. Es fehlt keiner, es gibt auch keinen Bug und ihr werdet jetzt ein Gameplay sehen ohne meine Stimme, damit ihr euch nur auf den Ort fokussieren könnt, wo dieser Alienate Fakte zu finden ist. Ansonsten jetzt viel Spaß und viel Glück beim Einsammeln. Das ist das, was ich lasse, das letzte Mal und wenn ihr euch auch eins habt, Also, ich kann das sehen, wer den Arsch der Fall noch nicht zu sein, Ich bin ja ganz viel Glück, aber interessant ist, dass ich schon mal kurzleiste. Also, wenn ich noch was, wasst du gerne, nehmisch. Ich bin ja mal kurz vor, dass ich ein Video schon mal anspricht. Ich bin ja auch schon mal,, weil du keine Insta zu machen, weil ich ins Cauchte so gut noch nicht mehr als ich keine Ahnung von nachdenken kann? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020